Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video oder im Podcast, falls du das gerade anhörst. Ich bin der Manuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir darüber, was das Anzeichen ist, dass ihr euch unbedingt trennen solltet und was womöglich eure letzte Chance ist, um diese Beziehung zu retten. Ich habe schon einige Videos auf diesem Kanal zu diesem Thema gemacht. Trennung, wann soll man sich trennen, ist eine Trennung sinnvoll und so weiter. Und ein Video von mir, was auch sehr bekannt ist, ist, dass ich sage, dass 99% aller Trennungen sinnlos sind und dass man das eigentlich bleiben lassen sollte. Und aus dem Ganzen gewinnt man so ein bisschen das Bild, als ob du immer genau mit dem Partner weitermachen sollst, mit dem du gerade zusammen bist. Und es gibt einige Beziehungscoaches, die auch diese These vertreten. Einfach mit dem Partner weiterarbeiten, mit dem ich jetzt gerade zusammen bin, darin meine Themen anschauen, dadurch wie jegliche Sackgassen durchgehen und sich dadurch immer weiterentwickeln und weiterentfalten. Ich sehe das mittlerweile nicht mehr so. Und ich sehe das definitiv differenzierter. Schaut mal, natürlich ist es so, dass uns in einer Beziehung in erster Linie unsere eigenen Themen begegnen. Wir begegnen dort einem Menschen, wir landen in einer Sackgasse, die immer zu tun hat mit unserer eigenen inneren Dynamik. Und in jeder Beziehung gibt es eine Entwicklungschance. In jeder Beziehung gibt es etwas zu holen. Aber es ist so schwer, darüber so eine Grundregel zu legen. Sei gut mit dir selbst, arbeite an dir und du kannst nach dem Motto mit jedem zusammen sein. Oder dass du immer mit dem genau richtigen Partner zusammen bist. Und mit dem weiterzugehen eigentlich immer der richtige Schritt ist. Und wenn du dich trennst, dann ist es eben so ein Rückschritt und dann geht es halt irgendwo anders weiter. Das würde das Ganze einfach zu simpel machen. Wenn wir diese Schablone auf alle Menschen anlegen. Und jeder Mensch, genau mit dem ersten Partner, mit dem man vielleicht zusammenkommt, sich durchkämpft bis ins Hohalter. Und dass man sagt, ja das ist genau das Beste. Wir Menschen sind so komplex. Wir Menschen sind so komplex. Man kann uns nicht einfach so runterbrechen auf irgendwelche Grundregeln. Was häufig passiert bei Coaches, bei Therapeuten, auch bei Therapieansätzen, ist, dass diejenigen, die das entwickeln, oft genau das übertragen, was für sie selbst funktioniert hat. Und daran ist erstmal nichts verwerflich. Weil es gibt viele Menschen, die ticken genau vielleicht ähnlich wie du. Und für die passt das genauso. Aber viele begegnen dann solchen Coaches oder solchen Therapeuten und denken sich, für mich funktioniert das nicht. Und dann beginnt so eine Abwärtsspirale. Nämlich, dass man sich denkt, ah okay, ich bin halt noch nicht okay. Mit mir stimmt wahrscheinlich etwas noch nicht. Ich muss noch mehr an mir arbeiten. Ich muss noch besser werden. Oder was auch immer das in dir auslöst. Also meistens so eine Form von Selbstabwertung. Und da wäre ich extrem vorsichtig. Für mich ist das Entscheidende und das Wichtige, dass du dir klar wirst, es gibt kein Mensch auf dieser Erde, kein Konzept, was dir sagen kann, was für dich gerade das Richtige ist. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen Thema. Wenn du dir jetzt erhoffst, dass du genau nach diesem Video von mir hörst, ah okay, ich muss weitermachen. Ah, ich muss mich trennen. Dann werde ich dich enttäuschen müssen. Denn was für dich das Richtige ist, was für dich der nächste Schritt ist, weiß nur ein einziger Mensch auf diesem ganzen Planeten, in diesem ganzen Universum. Und das bist du. Das bist du. Das ist eine Form des Erwachsenseins. Ich treffe für mich eine Entscheidung. Ich schaue, was ist für mich stimmig. Und du darfst dir verschiedene Berater reinholen. Ein Berater darf dieses Video sein. Ein Berater darf irgendein Buch sein, irgendein Coach, irgendein Therapeut. Und die dürfen dich dabei unterstützen. Aber wenn du an einen wirklich guten Coach oder Therapeuten gerätst, wird der dich immer nur dabei unterstützen, das zu erforschen, was bereits in dir ist. Wird dich dabei erforschen, was in die Dynamiken, die in mir stattfinden, was erlebe ich innerlich. Und wird dich dabei unterstützen, dass du aus dir heraus eine Entscheidung triffst. Wenn du an jemanden gerätst, der dir sagt, du solltest genau das tun, du solltest genau das lassen. Das geht immer in die Hose. Du musst darauf achten, resoniert etwas mit mir. Ist etwas für mich das Richtige? Ist es wirklich das, was mein Gefühl mir sagt? Und das ist erstmal der wichtigere Punkt. Wenn du jetzt denkst und an den Punkt bist, dass du sagst, ja, mein Gefühl sagt Trennung. Dann würde ich dich trotzdem nochmal einladen, mal tief durchzuhatmen. Und ich möchte dir dennoch ein paar Sachen zu diesem ganzen Thema sagen. Ich bin immer noch überzeugt, dass der größte Teil aller Trennungen, die draußen in dieser Welt stattfinden, unnötig sind. Die sind unnötig genau zu diesem Zeitpunkt, wo sie stattfinden. Und ich glaube, dass wenn diese Menschen oft mehr Informationen, mehr Schulungen, mehr Tools an die Hand bekommen würden, würden die viel weiter miteinander gehen können und viele Beziehungen würden vielleicht auch aus dem heraus gerettet werden. Wir müssen uns vorstellen, dass in dieser Welt etliche Menschen existieren, die nie gelernt haben, wie Beziehung funktioniert. Die nie sich wirklich mal mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Geschweige denn wissen, was ein Beziehungsmuster ist oder was ihre Beziehungsmuster sind. Das ist ja schon mal ein riesen Fortschritt, wenn einer sagt, ah, ich bin eher so ein ängstlicher Bindungstyp und der andere, ich bin eher so der vermeidende Bindungstyp. Das ist schon mal prima, aber das ist ein Bruchteil der Menschheit, die sich so sehr mit diesen Themen auseinandersetzt. Gerade bei Beziehungen haben wir immer das, die Erwartung, es funktioniert einfach so. Trefft da jemand einen richtigen, der passt zu mir und dann gehen wir so den Weg miteinander. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Manchmal kann es sein, dass genau jemand matcht und die gehen da problemlos gemeinsam durchs Leben. Ja, es ist ja wunderschön, wenn sowas passiert, aber bei den meisten Menschen ist es nicht so. Und das nicht, weil sie nicht den richtigen finden oder weil sie irgendwie was mit ihnen komisches oder sonst was, sondern weil wir einfach Beziehungsdynamiken haben, Beziehungsmuster. Und das muss man wirklich eigen lernen, wie man damit umgeht, wie man damit arbeitet, was man da tun kann. Und warum man vielleicht genau an diesen Partner gerät, wodurch die Sachen dort auftauchen. Und deswegen ist es so, dass dort einfach meistens noch eine riesige Schatzkiste bei jedem eigentlich verborgen ist, die so viel bereit hält, dass diese Beziehung weitergehen könnte. Und aus diesem Gesichtspunkt sage ich, die meisten Trennungen sind im ersten Schritt, wenn sie eingegangen werden, eigentlich unnötig. Eigentlich macht man diese Trennung nur aus einer Wissenslücke heraus. Einfach nur, weil man nicht genau weiß, was passiert da, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um und so weiter. Und davor will ich dich bewahren. Weil wenn aus diesem Grund die Trennung eintritt, dann ist es häufig so, auch nicht immer, aber häufig so, dass du in der nächsten Beziehung ähnliche Dynamiken erneut erlebst. Und dann beginnt so eine innere Verzweiflung. Dass du denkst, oh man, ist jetzt schon niemand Neues, eine neue Beziehung und trotzdem das alte Dilemma. Und deswegen will ich dich dazu einladen, wenn du gerade an diesem Punkt bist, seh das als große Chance. Wir müssen uns quasi darauf hinarbeiten, dass eine Beziehung irgendwann in dieser Sackgasse landet. Diese Sackgasse ist ein riesiger Katalysator. Wir Menschen verändern uns meistens eben aus zwei Gründen. Entweder aus Freude oder aus Schmerz. Und gerade Schmerz ist noch ein stärkerer Katalysator als die Freude. Das heißt, es kann dir oft gerade die Ressourcen geben, zu sagen, ich will da jetzt wirklich hinschauen. Ich will wissen, was hier los ist. Ich will gucken, wie wir das lösen und daran arbeiten können. Aber dafür ist eine Sache wichtig. Nämlich, es muss genug Liebe da sein. Das vergessen viele. Du kannst dich schwierig mental dazu zwingen, zu sagen, ich bleibe jetzt in dieser Beziehung. Ich will mir das jetzt anschauen. Es gibt noch einen Teil, der nicht wirklich in Worte zu fassen ist. Oder, ja, den man nicht immer wirklich erklären kann. Das ist, warum habe ich gerade noch so viel Zuneigung zu diesen Menschen, dass ich mir, in Anführungsstrichen, das antun will. Dass ich nicht einfach weglaufen will. Und das musst du prüfen. Ist da genug Liebe da, um zu sagen, ja, das ist mir gerade wichtiger, mit dir weiterzugehen. Das ist mir wichtiger, als irgendwie wegzukommen von diesem Schmerz und von dieser Hilflosigkeit, die wir gemeinsam erleben. Wenn das nicht da ist, dann muss dieses Thema erstmal bearbeitet werden. Also es kann einmal sein, dass du überhaupt nicht wirklich richtig liebesfähig bist. Dich gar nicht wirklich auf jemanden einlassen kannst. Das kann die eine Komponente sein. Aber es kann auch sein, dass ihr auch schon so viel Dynamik, so viel Streit, so viele Konflikte miteinander erlebt habt, dass es einfach kaputt gegangen ist. Dass ihr quasi die Ursprungsliebe, die ihr hattet, zu sehr strapaziert habt. Und ja, die kann auch wieder wiederkommen. Das will ich gar nicht bezweifeln. Aber manchmal ist sie so strapaziert, dass es wirklich schwierig ist, weiterzugehen. Dass man wirklich merkt, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und das musst du für dich selbst erstmal herausfinden und differenzieren. Und wenn du dann sagst, okay, wir wollen weitergehen. Dann ist der erste Schritt, was ich euch immer empfehlen würde, ist, dass ihr mal aus der Metaperspektive auf das Ganze blickt. Mal aus der Metaperspektive auf eure Dynamik blickt. Und dafür ist mir eine Sache wichtig. Menschen sind nie böse. Menschen sind nie daran interessiert, dich wirklich zu verletzen. Wenn wir einander verletzen, wenn wir gemein oder unfair zueinander sind, ist es meistens aus der eigenen Hilflosigkeit. Ich weiß mir so wenig selbst zu helfen, dass ich zu solchen Mitteln greife. Und das ist erstmal so die erste Brille, die du dir aufziehen musst, wenn du auf diese Situation blickst. Wenn du auf das Ganze schaust und dir denkst, hier will keiner jemandem was Böses, sondern beide handeln aus Hilflosigkeit. Was erkenne ich denn da? Was ist die Hilflosigkeit und die Not, die der eine erlebt? Und was ist die Not, die der andere erlebt? Und das ist der nächste Schritt, den ich dir in die Hand gebe. Tauscht euch mal darüber aus, wenn euch das möglich ist, welche Not erlebt ihr miteinander? Was ist für euch so unaushaltbar? Und dabei achten, in Ich-Botschaften zu sprechen. Für mich ist so unaushaltbar, dass du nie die Wäsche machst. Sondern für mich ist zum Beispiel unaushaltbar die Hilflosigkeit, die ich erlebe. Wenn ich vor diesem Wäschehaufen stehe. Also immer in der Ich-Botschaft sprechen. Weil das Problem ist, bei Du-Botschaften, das ist eine Interpretation, ganz häufig. Und die trägern immer den anderen. Und dann hat der andere immer den Drang, sich zurechtfertigen und sowas. Und dann könnt ihr eure alte Spirale da einfach nochmal eine Runde drin drehen. Das wollen wir nicht. Sondern aus Ich-Botschaften erzählen, was erlebe ich eigentlich? Ja? So. Wie geht's mir eigentlich? So, das ist das eine. Und das andere, was mal sinnvoll wäre, ist, dass ihr euch mal darüber austauscht, was liebe ich eigentlich an Dir? Was liebe ich an Dir? Warum bin ich im Ursprung mit Dir zusammengekommen? Was ist das, was ich eigentlich an Dir schätze? Und wichtig, manchmal kann es so sein, dass ihr so verstrickt seid, dass so ein Gespräch, was ich jetzt gerade vorschlage, nicht möglich ist. Das ist wichtig, dass einer von euch beiden anfängt. Und das bist eventuell Du, wenn Du dieses Video gerade alleine schaust. Oder diesen Podcast alleine anhörst. Dass Du Dich hinsetzt und Dir selbst mal Dich reflektierst und guckst, welche Not erlebe ich hier immer? Welche Not erlebe ich hier immer? Und was ist das, was ich eigentlich am anderen liebe? So. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, dass Du mal prüfst, diese Not, die ich hier erlebe, wie versuche ich, von der zu entkommen? Wie versuche ich, diese Not zu lindern? Und lass uns das Ganze mal ein bisschen greifbarer machen. Lass uns mal ein paar Beispiele reinbringen in das Ganze. So eine Beispielnot, die ich erleben kann, ist, dass ich mich vom anderen nicht gesehen und verstanden fühle. Das heißt, es kann sein, dass ich mir zum Beispiel mehr Zeit mit dem anderen wünsche, aber der immer nur bei der Arbeit ist. Oder ich wünsche mir, dass wir den Abend mal anders verbringen, nicht vor dem Fernseher oder irgendeinem Film, sondern miteinander Zeit verbringen. Es kann auch sein, dass Ihr in unterschiedliche Richtungen Euch entwickelt. Dass Ihr sagt, der eine will irgendwie hier bleiben, der andere will in einem ganz anderen Land leben. Das kann erst mal so das äußere Konstrukt sein. Und dann geht es los mit der inneren Dynamik. Nämlich, dass du merkst, okay, was macht das eigentlich mit mir, dass der andere zum Beispiel nicht mitkommen will? Das ist dann immer der Moment, wo du dich eigentlich nicht geliebt, nicht gesehen fühlst. Das ist die Not, die du eigentlich erlebst. Dass du das Gefühl hast, ich bekomme in dieser Beziehung nicht die Liebe, die ich brauche oder scheinbar brauche. Ich werde nicht so verstanden, nicht so gehalten. Ich bekomme nicht die Sicherheit. Und das macht mir Angst. Und das bedroht mich. Das kann eine Beispielnot sein. Also in den meisten Beziehungen dreht es sich eigentlich immer darum, ich fühle mich alleingelassen. Ich fühle mich alleingelassen und verlassen von dir. Und das löst eine gigantische Not in mir aus. Und dann beginnen die Gegendynamiken. Dass du schaust, okay, wie entkomme ich von dieser Not? In so einer Not zu verbleiben, ist nämlich nicht schön. Ein Weg ist, ich gehe in so ein Opferding. Ich sage, oh man, du verlässt mich, du bist nie da, du liebst mich nicht, ich bin dir nicht wichtig genug, ich reiche dir nicht aus. Also immer so mit Vorwürfen oder mit so subtiler Manipulation arbeiten. Das ist seine Möglichkeit. Das andere ist, mit Wut reagieren. Weil auch wenn ich die ganze Zeit quasi so Vorwürfe bekomme, wie du liebst mich nicht genug, das, was du machst, reicht mir nicht aus, triggert das auch in dem anderen, in dem Anführungsstrichen Schuldigen, der ja den anderen nicht sieht oder verlässt, triggert das auch eine Form von, ich fühle mich verlassen. Ja, aber wer ist denn für mich da in diesem Moment? Ja, das ist eben genau die Dynamik in Beziehung. Und besonders, wenn man eben in Trennungssituationen kommt. Beide fühlen sich verlassen und verlangen von dem anderen für einen da zu sein. Ja, und dann geht, explodiert das Ganze. Ja, weil das ist natürlich so zwei Verwundete, die irgendwie versuchen, dass der andere einen verarztet, der es aber nicht kann. Und hier an der Stelle ist einfach immer eine riesige Entwicklungschance. Denn an dieser Stelle beginnt das Erwachsenwerden. Denn was sich dort inszeniert, ist ein frühkindliches Bindungstrauma. Nämlich das Trauma, ich bin alleine und ich will, dass Mama und Papa für mich da sind. Aber macht die Erfahrung, dass sie das nicht können. Dass sie mir nicht die Liebe, die Nähe, die Aufmerksamkeit schenken, die ich vielleicht im Ursprung gebraucht hätte. Und das reinszeniert sich in der Beziehung. Wieder fühle ich mich verlassen und alleine und versuche, dass der andere jetzt für mich da ist. Und die Entwicklungschance ist an der Stelle zu gucken, okay, wie schaffe ich das zunächst einmal selbst? Wie schaffe ich das erwachsen zu regeln, in Anführungsstrichen? Weil Erwachsene brauchen nicht mehr jemanden, der für einen da ist. Erwachsene können für sich selbst sorgen im Vergleich zum Kind. So, hier an der Stelle ein wichtiger Disclaimer. Der Disclaimer, den ich nämlich viele an dieser Stelle bekomme, ist dann, soll ich alles mit mir machen lassen? Also soll ich einfach alles ertragen und fertig, alles mit mir selbst ausmachen? Das ist ein großes Missverständnis. Es kann sein, dass du total gesunde Bedürfnisse hast. Ja, natürlich ist es gesund, dass du dir wünschst, dass der andere mit dir Zeit verbringt, dass der andere sich mit dir unterhält, anstatt Fernsehen zu schauen. Dass der andere auch was im Haushalt macht und du nicht alles alleine machst. All das sind total gesunde Bedürfnisse. Aber indem wir darum kämpfen, dass genau diese Bedürfnisse jetzt umgesetzt werden, kommen wir meistens nicht zu einer Lösung. Sondern du musst dir das eher so vorstellen, dass in einer Beziehungsdynamik offenbart sich ein Thema von dir. Etwas, was zuerst gesehen werden will. Und danach gibt es meistens auch einfach eine Lösung auf dieser Sachebene. Das bedeutet, wenn ich mal schaffe, wirklich mich selbst zu sehen in meiner Not, selbst für mich da zu sein in meiner Not, ja, und zu gucken, wie reguliere ich mich eigentlich, wie arbeite ich damit. Und das ist ein großes Thema, ja. Und das werden wir jetzt nicht alles heute in diesem Video schaffen. Aber dafür gibt es auch viele andere Videos auf meinem Kanal, ja. Dass du mal wirklich dich versorgst in dem Ganzen. Und du merkst, okay, ich kann selber dafür sorgen, dass diese Not zur Ruhe kommt, ohne dass der andere was anders machen kann. Das ist ein riesiges Veränderungspotenzial für eure Beziehung. Wenn du merkst, ich kann für mich selbst da sein und dafür musst du erstmal nichts anders machen. Und damit beginnt ein Veränderungsprozess. Weil ihr sonst nicht, dreht ihr euch immer in dem gleichen Kreis. Ich will die Liebe von dir, die du mir nicht geben willst. Der andere will die Liebe von mir, die ich nicht geben kann. Und so kämpfen wir die ganze Zeit miteinander. Es braucht einen, der aussteigt und merkt, okay, ich kann erwachsen sein, ich kann für mich da sein. Und dann sieht man erst so, ja, okay. Wäre schon schön, dass der andere die Wäsche macht, aber dafür macht der andere dies, jenes und noch das, was ich vielleicht vorher gar nicht erkannt habe. Und ich merke, mir geht es gar nicht darum, dass die Wäsche irgendwie gemacht wurde. Sondern es ist eigentlich eine tiefe Sehnsucht danach, Liebe und Sicherheit zu erleben. Und hey, ich kann das gerade in mir selbst. Und ja, dann kann ich auch noch mit dem anderen zusammenbleiben. Das ist für mich gar nicht so schlimm, ja. All das ist dann möglich in diesen Kontexten. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Wenn dir eine Beziehung wirklich wichtig ist, würde ich mir immer professionelle Unterstützung suchen, bevor ich in eine Trennung gehe. Immer. Ja, so. Auch wenn ich in Engpässe in meine Beziehung komme, würde ich niemals einfach mich so trennen. Und sagen, ja, ich bin Beziehungskaut, ich weiß das. Sondern man ist auch selbst auf, dass du eben den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst und dich immer auch unterstützen lässt. Ja, und so kann ich es auch dir nur ans Herz legen, dass du sagst, okay, ich will Unterstützung. Ja, vielleicht gemeinsam, aber auch alleine. Ich will gucken, welches Thema steckt darin. Und will ich mich gerade wirklich trennen? Das ist nur eine Flucht. Also das ist so komplex. Das will ich dir immer nur wieder sagen. Mensch und ihre Dynamiken sind so, 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 so komplex. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, such dir jemanden, der dir dabei hilft. Das kann ich sein, das kann auch sonst wer sein. Ja, wo du einfach eine Resonanz spürst. Ja, wo du sagst, okay, ich habe das Gefühl, der oder diejenige versteht mich. Ja, ich glaube, der oder diejenige kann mir helfen. Ja, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, findest du hier unter diesem Video immer einen Link, wo du dich eintragen kannst für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch. Wo wir im ersten Schritt überhaupt mal schauen, was ist da gerade deine Situation? Und ist ein Coaching gerade das Passende für dich? Und wenn wir merken, ja, das ist genau das Richtige und wir können dich auf diesem Weg da unterstützen, dann arbeiten wir in einem mehrmonatigen Prozess genau an diesem Thema. Weil das will ich auch immer noch an dieser Stelle sagen. Gerade dieses Thema Trennen oder Bleiben ist nicht mit einer Sitzung gelöst, in der du sagst, ah ja, okay, jetzt weiß ich, Trennen oder Bleiben. Weil die Dynamik, die euch in diesen Engpass gebracht hat, wird meistens immer wieder kommen in unterschiedlicher Ausprägung. Und man muss grundsätzlich lernen, wie arbeite ich damit, damit es nicht immer in diese Notlösung trifft, nämlich dieses, okay, wir müssen uns trennen. Also dazu findest du alle Infos hier unter diesem Video. Das andere, was ich an dieser Stelle auch noch erwähnen will, sind verschiedene Altersklassen. Und so wie wir im Leben verschiedene Altersbereiche für verschiedene Entwicklungsprozesse sind, so ist es in meinen Augen auch in Partnerschaften. Und hier ist es mal wichtig, dass du mal guckst, wie alt sind die durchschnittlichen Beziehungscoaches. Die sind meistens weit, also viele über 40, über 50. Das ist oft eigentlich so der Punkt, wo viele genau sich darauf spezialisieren und in diesen Bereich reinkommen. Und die stecken in Lebensphasen, wo es nicht mehr so viel um, also natürlich auch um Veränderungen geht, aber wo es gar nicht mehr darum geht, sich auszuprobieren, was Neues zu entdecken, sondern wo es immer mehr darum geht, in die Tiefe zu gehen. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass oftmals von denen der Rat kommt, bleib genau in dieser Beziehung, die dir passend ist, weil das für sie genau das Richtige ist. Aber wenn du gerade auch noch jünger bist, oder in den 20ern, Anfang 30ern, in diesem Bereich bist, das ist oft eine Phase im Leben, wo wir uns überhaupt ausprobieren und uns entdecken. Und das in verschiedenen Ebenen. Eins ganz typisches ist der Beruf. Das heißt, du gehst zur Schule, dann machst du vielleicht eine Ausbildung, vielleicht ein Studium noch, dann probierst du den Job aus, den Job aus. So ein hoher Wechsel von Berufen oder Arbeitgebern ist sinnvoll, gerade in seinen 20ern und 30ern, weil du dann erstmal merkst, okay, dieses Arbeitskonzept macht mir Freude. Das fand ich bei dem Arbeitgeber gut. Oder nee, vielleicht mache ich doch lieber selbstständig. Vielleicht will ich doch meine eigene Firma gründen. Das wirst du nur herausfinden durch Try and Error. Und das Gleiche, und das ist jetzt meine persönliche These, ist in Beziehung. Dass du in dieser Zeit dich ausprobieren sollst. Du darfst verschiedene Menschen kennenlernen. Du darfst unterschiedliche Beziehungen führen. Du merkst, okay, das hat für mich gut funktioniert. Das habe ich gebraucht. Das war mir zu viel. Das war mir zu wenig. Denn nur dadurch bekommen wir auch die Erfahrung, dass es dort andere Bindungsmuster gibt, andere Bindungsangebote, als wir es vielleicht mal im Ursprung erlebt haben. Und im Ursprung meine ich in unseren Elternbeziehungen. Deswegen kann es gut sein, zu sagen, okay, ich habe verschiedene Beziehungen und Partnerschaften kennengelernt. Und oft ist es so, dass du dann mit der Zeit immer mehr merkst, okay, das war für mich gut, das war für mich nicht gut, das hat mir Freude gemacht, das nicht. Ich hatte vielleicht einen Partner, der total ehrgeizig war und einen Partner, der es eher gemütlich mochte, einen Partner, der so oder so war. Und oft bildet sich aus diesem Ganzen ein Erfahrungsschatz. Dass du merkst, okay, wer bin ich und was bin ich eigentlich in dem Ganzen? Das heißt, es hat sehr viel auch mit Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung zu tun. Auch das will ich dir einfach nochmal zusätzlichen Input reingeben, dass du guckst, ja, vielleicht bin ich auch gerade einfach in einer Lebenszeit, wo ein Beziehungswechsel einfach nichts Unübliches ist. Und wenn man dann eben so in die 30er kommt, in die 40er, dann verändert sich der ganze Lebensabschnitt. Da geht es nicht mehr um immer ständig etwas Neues ausprobieren und so weiter. Das ist auch ein Aspekt. Aber wenn wir nur auf die Lebensabschnitte gucken, sondern es geht mehr darum, immer mehr in die Tiefe zu kommen. Und das musst du auch nochmal für dich prüfen. Das sind einfach wichtige Dinge, das zu differenzieren. Und am Ende kann ich nur das wiederholen, mit dem ich gestartet habe. Du bist komplex. Und was für dich gerade das Passende ist, wird dir kein Video sagen können, es wird dir kein Buch sagen können, sondern es wirst du dir selbst sagen können. Das ist der wichtigste Punkt. Und das ist oft nicht das Einfachste. Denn unser Bauchgefühl oder was mein Herz sagt, oder was das wirklich zu differenzieren, ob das wirklich mein Herz ist, was das sagt, oder eigentlich nur wieder meine Bindungsdynamik, mit die ich nicht durchschaue, das ist die Schwierigkeit. Und da kann ich dir nur immer ans Herz legen, dich auch professionell unterstützen zu lassen, auf diesem Weg. Ansonsten will ich dir am Ende noch ganz, ganz viel Hoffnung zusprechen. Es gibt Beziehungen, die waren wirklich Kraut und Rüben. Die waren furchtbar. Und aus dem ist so viel Schönes gewachsen. Und es gab Beziehungen, die einfach nicht weitergingen, und wo es in der nächsten Partnerschaft wundervoll wurde. Was dein persönlicher Beziehungsweg ist, welche Beziehungen du führen wirst, wie viele, wie lange oder sonst was, wird kein Mensch wissen, das ist dein Beziehungsweg. Und das ist das Schöne. Und das darfst du nach deinem Gefühl für dich entscheiden. Ich freue mich, wenn ich dich darauf unterstützen darf, in Form von anderen Videos oder irgendwann, wenn wir vielleicht mal persönlich miteinander arbeiten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal auch, damit du kein Video mehr verpasst. Und teile gerne dieses Video mit Menschen, die vielleicht genau in dieser Situation gerade stecken und sich genau diese Frage vielleicht gerade stellen. Ich freue mich, wenn ich dich genau bei dieser Frage unterstützen kann. Ansonsten sehen wir uns wie immer in der nächsten Woche im nächsten Video beziehungsweise im nächsten Podcast. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.